Die Solutions Hamburg ist der größte Digitalisierungskongress im deutschsprachigen Raum und ich glaube mittlerweile kann man sagen, dass die Solutions Hamburg der Platz ist, wo man im September zu sein hat, wenn man sich irgendwie mit Digitalisierung beschäftigt. Man braucht, glaube ich, auch in Zeiten der Digitalisierung Foren, wo Menschen zusammenkommen, um gemeinsam über übergreifende Themen zu reden und dafür ist sowas gut. Mein Blick in die Zukunft ist geprägt von der großen Verantwortung, die die Leute haben, die die digitale Transformation selbst mit voranbringen. Ich bin tatsächlich das allererste Mal auf der Solutions, aber ich bin jetzt schon ein Riesenfan, weil ich ganz diverse Leute gesehen habe und ich glaube davon lebt auch ein Kongress. Was uns von Google so gut gefällt, ist die Vielfalt. Das heißt, wir haben hier Techniker, wir haben hier Businessleute und gerade diese Mischung macht die Solutions für uns zu einem perfekten Treffpunkt. Was ich besonders gerne mag hier ist der Geist des Gestaltenwollens. Also man hängt sich nicht so lange auf mit den üblichen Bedenkenträgerdebatten, sondern man sagt, da liegen Optionen, da liegen Möglichkeiten auf dem Tisch. Lasst uns mal gemeinsam darüber nachdenken und ausprobieren, was man daraus entwickeln kann, um bessere Produkte, bessere Wertschöpfung, aber auch eine bessere Gesellschaft zu bauen. Das macht viel Spaß. Ich glaube, das merkt auch jeder, der hier herkommt, was für eine positive Energie dann hier auf diesem Campus von Kampnagel ist. Das ist eine ungewöhnliche Atmosphäre, die ein bisschen entspannter, ein bisschen lockerer ist, aber durchaus produktiv und kreativ. Ich glaube, das macht auch das Umfeld hier. Ich finde es auch eine ganz entspannte Stimmung. Ich habe das Gefühl, ich kann hier auch jeden duzen. Und ja genau, Vorträge sind super spannend dabei, sehr vielfältig. Psychologen habe ich gestern gehört, dann wieder rein technisch. Für jeden, was dabei. Ich interessiere alle Themen rund um den Kulturwandel. Denn Innovation passiert immer nur dann, wenn ich eben auch meine Kultur dahingegen ausrichte, wenn man eben beweglich bleibt und sich öffnet. Ein sehr großes Thema ist tatsächlich eine agilere, innovativere Zusammenarbeit miteinander, in der Hierarchien einfach verändert werden. Ein kultureller Wandel, der in den Unternehmen langsam auch ankommt. Ich spüre das so in vielen Vorträgen, dass das eine relativ große Rolle spielt. Das ist genau das, was wir erreichen wollen. Dass die Menschen hier inspiriert werden, wo sie sagen, das war wirklich eine Lösung. Das war eine Solution, die ich hier gefunden habe. Deswegen heißt der Kongress Solutions Hamburg. Vielen Dank! Tschüss! Mitoli– – Bis zum nächsten Mal.